Bereits vor über 5000 Jahren überlegten sich die Ägypter, wie sie die Steine für ihre Pyramiden nach oben transportieren können. Um einen Steinblock auf die Pyramide hinauf zu transportieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Da die Steinblöcke sehr schwer waren, war es zu gefährlich, sie einfach von unten hinaufzuheben. Um die Steinblöcke mit Hilfe von zum Beispiel Seilen hinaufzuziehen, war sehr viel Kraft notwendig. Daher kamen die Ägypter auf die Idee, Rampen oder schiefe Ebenen zu verwenden. Zur Veranschaulichung verwenden wir hier einen Holzblock. Egal ob man den Block über die Rampe nach oben transportiert oder nach oben hebt, es wirkt immer die Gewichtskraft auf ihn. Beim Nach oben ziehen wirkt die gesamte Gewichtskraft der Bewegung entgegen. Es muss also eine Kraft aufgewendet werden, die größer ist als die Gewichtskraft des Blocks. Wird der Block über die Rampe nach oben transportiert, so wirkt ebenfalls die Gewichtskraft auf ihn. Weil die Kraft wie die Geschwindigkeit eine vektorielle Größe ist, kann man sie in zwei Anteile zerlegen. Einer der Anteile wirkt der Richtung, in die wir den Block bewegen wollen, entgegen. Der zweite Anteil wirkt im rechten Winkel auf die Rampe. Setzt man diese beiden Vektoren sowie Geschwindigkeitsvektoren wieder zusammen, so ergibt sich wieder der Kraftvektor der Gewichtskraft. Zum Transportieren des Blocks muss die Kraftkomponente parallel zur Rampe und die Gleitreibungskraft überwunden werden. Da die Rollreibungskraft kleiner ist als die Gleitreibungskraft, haben die Ägypter bereits Rollen verwendet, um die Steinblöcke nach oben zu transportieren. Dadurch wird die benötigte Transportkraft weiter verkleinert. Schiefe Ebenen oder Rampen werden also dazu verwendet, den Kraftaufwand zur Höhenveränderung eines Gegenstandes oder Körpers zu verringern. Das Prinzip der schiefen Ebene wird auch bei Rollstuhlrampen, Rolltreppen und Serpentinen im Gebirge angewandt. Das Prinzip der Schiefenbete ist als die Gleitreibungskraft.